Moin Leute, ich war die letzten Tage mit ein paar Freunden in Holland und wir haben verschiedensten Korm gemacht, geangelt, gesegelt, gekämmt und so weiter und ein paar Impressionen gibt es jetzt. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Musik Es reicht heute, es ist nass. Ey, Sommer einfach anstatt zu duschen, morgen mal so schnit und abdrucken die Infos mehr. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020